Hallo, in diesem Video möchte ich mir mit Ihnen zusammen mal ein paar Methoden anschauen, die es erlauben, eine Carbonsäure mit einem Nukleophil wie einem Alkohol oder einem Amin zu kuppeln. Besonders prominent sind da sicher die sogenannten Peptidkupplungen, denn die haben es in den letzten Jahren erlaubt, Peptidsynthese zu automatisieren. Entsprechend gibt es gerade für Peptidkupplungen auch eine ganze Menge verschiedenster Reagenzien. Und ich sage Ihnen, wie es aussieht, auch hartgesottene Synthesechemiker sind manchmal nicht mit allen Abkürzungen, die es da draußen so gibt, vertraut. Aber das Gute an der Geschichte ist, diese ganzen Reagenzien bestehen meist aus ähnlichen Bausteinen, die ähnliche Funktionen erfüllen in einer Reaktion. Daher gucken wir uns jetzt mal ein paar klassische Beispiele an, nämlich für Peptidkupplungen und auch die sogenannte Steglichverästerung, in der hoffentlich klar wird, welche Bausteine das sind und wie Sie die auch in anderen Peptidkupplungsreagenzien finden können. Das Ganze lässt sich eigentlich sehr gut an der sogenannten Steglichverästerung verdeutlichen. Die Steglichverästerung ist im Prinzip nichts anderes als eine Art Peptidkupplung für Alkohole. Um sie durchzuführen, gibt man die Säure, den Alkohol, DCC und D-MAP in Diklomethan bei Raumtemperatur in einen Kolben, rührt das Ganze für eine kurze Zeit und hat dann seinen Ester. Dabei werden neben den beiden Reaktanten zwei Reagenzien eingesetzt, die jeweils eine spezifische Rolle erfüllen. DCC ist ein sogenanntes Aktivierungsreagenz und D-MAP ist ein nukleophiler Katalysator. Und gerade diese beiden Grundbausteine finden sich auch in den meisten Peptidkupplungen. Aber um den Mechanismus Stück für Stück zu erarbeiten, machen wir es uns erstmal ein bisschen einfacher und schauen uns zunächst die klassische DCC-Peptidkupplung an. DCC steht für D-Cyclohexyl-Carbodiimid, also das Imin-Äquivalent im Oxidationsgrad 4 sozusagen. Und wie ein Imin ist auch DCC erst einmal eine Base, die Carbonsäuren deprotonieren kann. Jetzt haben wir die Carbonsäure zwar als Elektrophil deaktiviert, aber als Nukleophil aktiviert. Und gleichzeitig haben wir durch die Protonierung das DCC als Elektrophil aktiviert. Dementsprechend kann es zu einer nukleophilen Addition des Carboxylats kommen und wir machen ein ganz wichtiges Intermediat. Nämlich einen sogenannten Aktiväster, der, wie wir gleich sehen werden, jetzt eine super Abgangsgruppe am Karbonylkohlenstoff hat. Greift jetzt das Imin diesen Aktiväster an, bildet sich wie immer erstmal ein tetraetrisches Additionsprodukt, das nach D- und Reprotonierung ein thermodynamisch sehr stabiles Harnstoffderivat abspalten kann. Dabei wird dann auch das Produkt gebildet, das wir eigentlich haben wollen, nämlich unser Amid. Insgesamt reagiert also der Aktiväster in einer klassischen Azylsubstitution mit dem basischen Amin unter Abspaltung des weniger basischen und deshalb thermodynamisch stabileren Harnstoffderivats. Und unsere Steglichverästerung beginnt mechanistisch auch erstmal ganz ähnlich, indem sie nämlich den gleichen Aktiväster ausbildet. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Denn während das basische und gut polarisierbare Amin nukleophil genug war, um den Aktiväster anzugreifen, ist das mit dem weniger reaktiven Alkohol halt viel schwieriger. Und hier kommt das D-Map ins Spiel. D-Map steht für Dimethylaminopyridin. Also ein relativ elektronenreiches Pyridin, das als Nukleophil den Aktiväster angreifen und im Sinne einer Azylsubstitution, die ich hier einfach mal nicht komplett ausformuliere, das Anion unseres Harnstoffderivats substituieren kann. Jetzt habe ich einen neuen Aktiväster gemacht, der positiv geladen und damit noch reaktiver ist als der erste. Gleichzeitig habe ich aber auch eine Base generiert, die mir meinen Alkohol deprotonieren kann. Und wenn ich den Alkohol deprotoniere, wird er natürlich als Nukleophil aktiviert. Das heißt, der noch aktivere Aktiväster und der aktivierte Alkohol können jetzt miteinander zu dem gewünschten Ester reagieren. Dabei wird auch das D-Map regeneriert, das hier als sogenannter Nukleophiler Katalysator gewirkt hat. Das heißt also, dass der Weg vom ersten Aktiväster zu den Produkten zwar thermodynamisch bergab ging, aber eine zu hohe Aktivierungsenergie hatte, als dass die Reaktion bei Laumtemperatur hätte ablaufen können. Und erst der nukleophile Katalysator hat es uns hier erlaubt, die Reaktion unter vergleichsweise milden Bedingungen ablaufen zu lassen. Das heißt, Sie können sich schon mal merken, wenn Sie irgendwann mal im Labor eine Azyl-Substitution machen, die nicht so richtig will, versuchen Sie einfach mal ein paar Krümel D-Map hinzuzugeben. Oft wirkt das Wunder. Aber zurück zum Thema. Diese zwei Bausteine, also ein Aktivierungsreagenz und ein Nukleophiler Katalysator, sind auch meist die Kernbestandteile von Peptidkupplungsreagenzien. Und hier habe ich Ihnen einfach mal ein paar klassische Reagenzien aufgeführt. Die Kombination von DCC und D-Map haben wir eben bei der Steglichverästerung schon gesehen. Die kann ich natürlich auch für Peptidkupplungen nutzen. Und statt DCC wird gerne auch das hier gezeigte EDCI benutzt. Das trägt ein Amin und dieses Amin kann ich bei einer wässrigen Aufarbeitung mit einer sauren wässrigen Lösung gut protonieren und dann entsprechend entfernen. Das ist natürlich praktisch, wenn ich das stöchometrisch eingesetzte Reagenz auf diese Weise schön leicht aus der Reaktionslösung entfernen kann. Ein alternativer Nukleophiler Katalysator, der gerne für Peptidkupplungen genommen wird, ist auch das hier gezeigte HOBT, das durch verschiedene mechanistische Kniffe auch besonders gut darin ist, Epimerisierungen zu unterdrücken. Warum das wichtig ist, schauen wir uns gleich noch genauer an. Vorher ist mir aber nochmal wichtig, dass Sie sehen, dass auch etwas kompliziertere Peptidkupplungsreagenzien, wie zum Beispiel das hier gezeigte HBTU, im Prinzip nichts anderes als Kombinationen dieser beiden Bausteine sind. DCC und EDCI sind ja quasi einfach Anhydride von Harnstoffderivaten. Und das hier gezeigte HBTU ist im Prinzip nichts anderes als ein gemischtes Anhydrid aus dem nukleophilen Katalysator und dem Harnstoffderivat. Und auch Bob und Konsorten sind vom Konzept her ganz ähnlich. Nur dass man hier statt einem gemischten Anhydrid mit einem Harnstoff, oder anders gesagt mit einem Kohlensäureamid, das gemischte Anhydrid mit einem Phosphorsäureamid verwendet. Und wie gesagt, es gibt noch viele, viele andere Reagenzien. Aber diese beiden Grundbausteine, die findet man recht häufig. Aber bei diesen ganzen tollen Reagenzien stellt sich ja jetzt der eine oder andere vielleicht schon die ganze Zeit eine Frage. Nämlich, warum brauchen wir die eigentlich? Schließlich gibt es doch einen ganz einfachen und viel, viel billigeren Weg, eine Karbonsäure zu aktivieren. Nämlich die klassische Überführung in ein Säurechlorid, zum Beispiel mit Thionylchlorid. Das ist doch eine ganz saubere Reaktion, wo bei der Bildung des Säurechlorids einfach zwei Gase entstehen, die aus der Lösung rausblubbern. Und wenn ich danach bei der Reaktion mit einem Amin oder einem Alkohol noch ein Ammoniumsalz mache, kann ich das auch ganz leicht entfernen. Während diese ganzen Peptidkupplungsreagenzien, das sind irgendwelche stochrometrischen Reagenzien, die ich ja auch nach der Reaktion irgendwie wieder loswerden muss. Also warum macht man das denn jetzt überhaupt? Naja, die Peptidkupplung heißt Peptidkupplung, weil sie für die Kupplung von Aminosäuren entwickelt wurde. Und da hat die Verwendung eines Säurechlorids einen riesen Nachteil. Denn das Säurechlorid ist so elektronenarm, dass das hier pink hervorgehobene Alpha-Proton schon so azide wird, dass es von Triethylamin deprotoniert werden kann. Und das führt uns zu einem Ketän. Normalerweise ist das kein Problem, denn ein Ketän reagiert mit einem Nukleophil zum gleichen Produkt wie das Säurechlorid. Denn im Prinzip haben wir ja hier nur den klassischen Additions-Eliminierungsmechanismus umgedreht. Nämlich, wir eliminieren erst und addieren dann. Aber bei einer Alpha-chiralen Aminosäure führt dieses Vorgehen dazu, dass ich mein Stereozentrum platthauhe. Entsprechend kann das Ketän nicht nur zu dem gewünschten Produkt, sondern auch zu seinem Enantiomer reagieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, gerade wenn ich Peptide bauen möchte. Denn je mehr Aminosäuren ich aneinander füge, umso mehr Stereozentren füge ich hier auch ein. Das heißt, mit jeder neuen Aminosäure verdopple ich quasi die Anzahl der möglichen Stereoesomere, die da gebildet werden. Und ich sage Ihnen, wie es aussieht, die nach der ganzen Reaktion wieder voneinander zu trennen, das macht so gar keinen Spaß. Kupplungsreagenzien lösen dieses Problem zwar nicht immer vollständig, aber sie minimieren es zumindest. Und das ist auch der Grund dafür, dass es so viele verschiedene Reagenzien dieser Art gibt. Denn sowohl die Aktivierungsreagenzien als auch die unterschiedlichen nukleophilen Katalysatoren und sogar die verwendeten Gegenionen nutzen da mechanistisch ganz interessante Tricks. Die aber alle hier zu erörtern, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Daher halten wir einfach mal ein paar Kernpunkte fest. All diese Reagenzien dienen erst einmal dazu, die Säure mit einem Nukleophil, also meist einem Amin oder wie bei der Steglichverästerung auch einem Alkohol, zu kuppeln. Dazu muss wie immer erst einmal die Säure aktiviert werden. Die dafür gebildeten Aktiväster kann man manchmal isolieren oder direkt mit einem Nukleophil weiter umsetzen. Oft werden aber auch nukleophile Katalysatoren hinzugegeben, die die Reaktion beschleunigen und damit dafür sorgen, dass sie unter milderen Bedingungen ablaufen können. Und das ist besonders dann wichtig, wenn man schlechte Nukleophile wie Alkohole oder sterisch anspruchsvolle Aminosäuren hat. Und last but not least helfen sie auch dabei, die Razzimisierung oder Epimerisierung, wenn ich mehrere Aminosäuren habe, also das Plattmachen des Alpha-Stereozentrums zu unterdrücken. Und ja, da sind eines Alkoholima. Vielen Dank.